Wir haben wieder ein super buntes Programm in der ganzen Stadt. Der Lukas ist ein absoluter Weltheld und Weltrekordhalter in Sachen Slackline. Sag uns selber kurz, was heißt Slackline, was genau tust du und wo machst du sowas normalerweise? Also grüß euch, ich bin der Lukas, ich tanze auf diesem Seil nachher ein bisschen in der Gegend rum. Es ist allerdings eigentlich kein Seil, wie man so oft sagt, sondern es ist ein Band, also ein zweieinhalb Zentimeter breites Kunststoffband und es ist ein dynamisches Band, sprich, das Ding wird sich sehr viel bewegen lassen und da könnt ihr euch auch was gefasst machen. Das macht die Balance natürlich bedeutend interessanter, aber auch ein gutes Stück schwieriger als auf einem festgespannten Seil. Das macht die Balance natürlich nicht so oft. Das macht die Balance natürlich nicht so oft. Das macht die Balance natürlich nicht so oft. 们的 sageing образом ist eine große Bautomus-Statnamen nicht so oft. Ihr dashboard werdet sich um Sonntage heute in Revelation. Musik Musik Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Hey, 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 hey!